Selbstheilungstransformation Willkommen zur Einführungssendung oder zum Filmchen, wo ich alles ein kleines bisschen erklären möchte. Schön, dass ihr da seid und vielleicht habt ihr ja auch schon die ersten Filme dazu gesehen. Angefangen mit der Veröffentlichung habe ich mit Thema Nummer 55. In der Reihenfolge bei dem Karten-Set und bei dem Büchlein, da kommen wir gleich noch zu, ist das das letzte Video, weil die 55 für die Transformation steht und eben die Veränderung und die 55 dann am Ende alles erklärt. In unserer Videoreihe, in der ihr jeden Samstag ein neues Thema zur Transformation oder auch zum Transformieren von mir veröffentlicht bekommt, Und da sieht es so aus, dass wir eben mit dem letzten Film begonnen haben, damit ihr euch eben genau die Transformationsmethoden als erstes und auch immer wieder während der Serie anschauen könnt. Ich bin der Meinung, das ist ganz wichtig, denn man möchte ja immer auch mal wissen, hey, wie kann ich das denn machen? Und das habe ich in Thema Nummer 55 erklärt. Ich versuche auch daran zu denken, immer wieder den Link zu Thema Nummer 55 in die Videobeschreibung, das ist das, was ihr da unten drunter seht, wo steht mehr Anzeigen, hinein zu kopieren. Grundlage für dieses Transformationsvideo, für diese ganze Serie, das war eigentlich das Kartenset, das ich vor einiger Zeit mal entworfen habe. Das ist ein Kartenset, das besteht aus 55 Transformationskarten und wir gucken uns ja jetzt jede Woche einen Film mit einem Thema aus diesem Kartenset an. Dieses Kartenset, das könnt ihr nach wie vor bei mir bekommen, wer das gerne möchte, einfach im Internet bestellen. Bestellmöglichkeiten sind unten drunter unter den Filmen unter Mehranzeigen zu finden. Und weitere Grundlage und die Texte aus diesen Filmen, die kann man wiederum nachlesen in dem Buch, was ich dazu geschrieben habe. Die Kraft der Transformation. Da sind also alle Themen drin und auch nochmal die Transformationssymbole, die bei den Videos am Ende übrigens immer ganz groß eingeblendet werden. Und da kann man sich alles nochmal wunderbar nachlesen. Ganz kurz, hier ist in Ringbindung, damit es auch immer aufgeschlagen bleibt, damit ihr das gesehen habt. Soweit dazu. Jeden Samstag veröffentliche ich nun in Zukunft eins dieser 55 Transformationsthemen. Schaut euch dieses Video in Ruhe an. Ihr habt eine ganze Woche Zeit, immer noch einmal in dieses Video reinzuschauen und euch das Thema nochmal näher anzusehen und es für euch selbst zu transformieren. Also, das Video anhören, auch mal die Augen dabei schließen, am Ende des Videos auf das Symbol gucken und schon beginnt ihr dieses Thema, das wir in der Woche behandeln, in eurem System eben zu verarbeiten. Wie das geht, schaut euch bitte in Video oder Themenvideo Nummer 55 an, wie ich es eingangs schon erwähnt habe. Wir nehmen uns jetzt ein Jahr Zeit für diese gesamte Transformation, denn 55 Filme, das sind 52 Wochen. Jeden Samstag werde ich eins dafür freischalten. Schreibt bitte mal in die Kommentare unten rein, wie euch diese Transformation, ja, ich sag mal gut tut, wie ihr sie findet und ich bin auf euer Feedback gespannt. Auch seht ihr oben rechts das kleine I, da könnt ihr dann immer mal draufklicken. Dort habe ich in der Regel eine kleine Abstimmung hinterlegt und da könnt ihr dann eure Meinung dazu einfach durch Klick kundtun. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und hier ist auch schon das kleine Bildchen zum Video Nummer 55, da könnt ihr dann gleich mit anfangen, euch das anzuschauen. Vielleicht gebt ihr mir für die Serie und bei den Videos immer einen schönen Daumen hoch und ihr könnt den Kanal ja abonnieren, dann bekommt ihr immer rechtzeitig das Video bzw. den Link dazu zugeschickt. Ich wünsche euch für diese Serie ganz, ganz viel Erfolg und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.